hallo willkommen zu einer neuen folge wobocraft hier haben wir noch die ketten dran ich glaube da sind die t4er, wir wollen mal gleich gucken und ich habe mal gedacht, T3er sogar, ich habe gedacht das ist ein bisschen blöd jetzt tun wir da am besten ist es t6er dran t5er ich möchte gerade überlegen aber t6er über t5er ich glaube t6er wird auf jeden fall dann hier t6 überschreiten auf t7 gehen glaube ich und 5er wird noch gehen so jetzt gucken wie das genau war ob das auch nicht das ist auch dicker tatsache ich glaube das ist viel größer ich habe richtig gesehen habe ab und das muss auch ab okay aber viel was ab muss aber über einen weiter rein das ist auch immer noch gut guten bereich hier wollte man hier ein bisschen glaube ich eine seite ausbauen zumindest minimal das wird gerne kommentar schreiben was er noch haben wollte weil ich bin jetzt gerade ideenlos machen wir einen dränger genau da machen wir einen dränger genau da machen wir einen dränger machen wir hier ja machen wir so ein stück dran Alex mich Rodrigo erzählenlos erzählenlos oder erzählenlos sie sie erzählenlos diese Das ist so Kleinigkeiten, was ich mache. Na? Ach, jetzt ist das egal, dann, wir haben eh nicht mehr genug Geld, dann mache ich jetzt wieder dran, machen wir erstmal eine Probefahrt. Guck mal, wie es ist. Okay. Guck mal, sehr interessant wie der Pferd. Die Hinterhandräder könnte ich fast weglassen, weil die Brüder fast nicht im Boden. Ich will mal erstmal auf dem Schlachtfeld aus, ein paar Einladungen bekommen. Ich sehe mich später an. So, allgemeine Informationen. Letzte Zeit konnte ich ja da über Weihnachtsferien und nach Neujahr kaum aufnehmen. Heute ist der erste Tag, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe und die nächsten Tage. Dann werden auch mehr Videos kommen. Die letzten Videos, Minecraft und TTT, die waren teilweise ein halbes Jahr alt. Da habe ich einfach nicht dazu gekommen, wenn aufzunehmen. Habe ich dann die alten Sachen da aus meiner Festplatte raus gekramt. Gut. Ja, aber jetzt werden fast nur neue Folgen kommen. Gut. Wo sind denn hier die Feinde? Ich muss kein D drücken, weil wenn ich hier meine Kettendinge anhalte, wird er fast sofort stehen. Früher habe ich immer ein bisschen S gedrückt, meine ich. Mit der ein bisschen gegengedenkst. Dagegen wärst, aber muss man ja nicht. Schön markieren, das machen die Kollegen meistens gar nicht. Oh. Mega verraten. Ich glaube, der hat verraten. Ich habe ja. Ich habe ja nicht das zu verstehen. Ich kann jetzt das raus- Oh, ich bin schon kaputt Die haben die bessere Taktik gehabt. Hätte auch zurückziehen müssen und die über frontal angreifen müssen. Egal Verkackt Komm, nächste Runde schaffen wir Nächste Runde schaffen wir mal Bin eigentlich auch total müde So Drehungszentrum Taktik Plasmatik Es geht in meinem Schell kaputt Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Flazmi takes me Ah! Wette dich! Wette dich! Nein! Wette dich! Wette dich! Komm der muss auf den Sonne geben! Sanitäter! Da war ein Sonne! Aber der... Hab ich sterben lassen! Naja... Jetzt sag ich genau das Gegenteil, aber ich hätte nicht soweit vorfahren dürfen Ich werde jeweils mit meinem Team da zusammen agil reagieren Soll, bla bla Ich kann nicht reden, ich bin müde Ich beende die Aufnahme Ich verspreche auf jeden Fall als die nächsten Aufnahmen besser werden Habe ich mehr Zeit, kann mich mehr vorbereiten Bestimmt etwas Wacher sage ich mal Dann wird es schon klappen Bis dahin könnt ihr gerne ein paar Kommentare da lassen Und machen was ihr wollt Bis dahin, ciao! Bis dahin! Bis dahin!